Ein herzliches Willkommen zum Tachoskop mit Ella. Wir sind in der Woche 20. bis 26. Januar 2020. Wir haben hier für die Energien der Woche das Druid Craft Tarot Deck von Philipp und Stephanie Cargom. Illustriert von Will Worthington. Wir haben für die einzelnen Tage, die in der Allgemeinlegung ja variabel sind, das Gilded Tarot von Shiro Marchetti. Und wir haben zur Klärung das ganz normale Rider-Waite-Tarot und deutsche Ausgabe. Die haben wir auch auf der Webseite. Und wir haben meine Weisheitskarten für Lebensentscheidungen von Colette Barren-Reed, um jetzt noch so zusätzlich das Orakel zu befragen für diese Woche. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich bin gespannt, wie die Woche ausgeht für euch und was ihr davon nutzen könnt. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage, beim Tachoskop mit Ella. Wir sind in der Woche 20. bis 26. Januar 2020. Und wir schauen mal, was in dieser Woche für die Waage so drin ist an Energien, was du hoffentlich nutzen und verwerten kannst. Wir sind, wie immer, bei der Allgemeinlegung. Das kann und wird wahrscheinlich nicht immer passen. Aber wir schauen mal, was kommt und du entscheidest, was du davon nutzen kannst. Und wir schauen als erstes, was bringen dir deine Mitmenschen in dieser Woche entgegen. Also was hast du von deinen Mitmenschen zu erwarten? Prinzessin der Schwerter. Ritter der Schwerter. Ziemlich schnelle Energien. Das bedeutet wahrscheinlich ein bisschen Stress von außen. Leute kommen schnell auf dich zu, wollen schnelle Ergebnisse. Also das geht immer rasant. Ganz rasant. Wir schauen mal, wie das zu deiner Energie passt. Wie du dich siehst. Was du dir wünschst in dieser Woche. Deine Hoffnungen und Ängste. Was gut ist für dich in dieser Woche. Was weniger gut ist. Und natürlich, wie das Ganze ausgeht. Ja, das sind so die Grundtendenzen. Und jetzt wollen wir natürlich bei den einzelnen Wochentagen noch gucken. Das ist aber bei der Allgemeinlegung natürlich variabel. Das heißt, das muss nicht exakt der gelegte Tag sein. Das kann bei dir auch ein anderer Tag sein. Wichtig ist nur, dass du eben dann auch sagen kannst, okay, das hat mir jetzt geholfen. Da kann ich was mit anfangen. Und das hilft mir weiter. So, und wir schauen, welche Energien du mitbringst. Also wie trittst du diesen Ritter der Schwerter oder Prinzessin der Schwerter gegenüber? Wir haben auch den Ritter der Schwerter. Du bist genauso gestresst und unter Eile. Das sieht wirklich nach Unruhe, nach, ja, ich sag mal, richtig Stress aus in dieser Woche. Gucken wir mal, wie das Ganze weitergeht. Wir haben Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Samstag und den Sonntag. Wie gesagt, das ist von den Tagen her variabel. So, wir beginnen natürlich mit deiner Energie, wie du dich selber siehst. Das ist das Ast der Münzen. Du planst oder bist dabei, Sicherheit und Stabilität zu planen. Das kann sowohl beruflich als auch privat sein. Irgendwas Neues, du willst was Neues starten, vielleicht hast du ein neues Geschäft eröffnet oder du hast einen neuen Job begonnen, ein neues Projekt, wie auch immer. Wir haben ziemlich stressige Energien von beiden Seiten, also sowohl von dir als auch von außen. Also mach dich auch fast gefasst. Dein Wunsch ist, der Prinz der Kelche liebevolle Energien, nett miteinander umzugehen. Naja, klar, kann man natürlich trotzdem, auch wenn es stressig wird. Und du bist ja prädestiniert, als vage Harmonie herzustellen. Hoffnung und Ängste haben wir die Stärke. Du hoffst, dass du das Ganze gewuppt kriegst, also dass du stark genug bist, das alles durchzuziehen. Was ist gut für dich? Der Erfolg. Der Erfolg gehört dir wahrscheinlich. Du bist unter Strom, aber du schaffst das Ganze. Das ist gut. Was ist weniger gut? Sieben der Schwerter. Sich durchzumogeln wird in dieser Woche nicht funktionieren. Auch etwas geheim zu halten nicht. Okay, der mögliche Ausgang? Der Magier. Du kannst manifestieren, du kannst umsetzen. Also großartig. Es ist zwar stressige Energie, aber du kriegst das Ding hin. Am Montag haben wir vier der Münzen. Du willst etwas umsetzen. Du bist sparsam. Du versuchst irgendetwas in die Realität zu bringen. Vielleicht ein Traum, ein Projekt, wie gesagt, oder ein Geschäft, was du abwickeln willst. Irgendwas in der Richtung. Und daran hältst du fest. Dienstag haben wir den Wagen. Es geht gut voran. Mit Charme, mit guter Energie, positive Ausstrahlung. Sehr gut. Mittwoch haben wir den Teufel, die Obsession. Nicht übertreiben. Sowohl in deinen positiven Energien. Wenn du es übertreibst, dann wirkt es unecht. Auch nicht in deiner Stärke. Überfordere dich nicht und überfordere andere nicht. Das ist Übertreibung der Teufel. Donnerstag ist die Neuen der Münzen. Unabhängigkeit und Freiheit. Die Stärke, die daraus erwächst. Ja, das ist eben deine Unabhängigkeit, die du dir selber schaffst. Freitag haben wir die Sechs der Münzen. Ausgewogenes geben und nehmen. Pass auf. Du bist erfolgreich, aber du solltest dich bitte nicht durchmogeln. Das könnte schief gehen. Dann haben wir die Fünf der Schwerter. Die liegt genau unter den Sieben der Schwertern. Also es könnte irgendetwas Haken und Ösen geben. Es können auch Leute sein, die dir ein Bein stellen. Also aufpassen. So, und wir haben die Zwei der Stäbe. Das ist die typische, nein, nicht typisch. Das klingt so böse. Das ist nicht so gemeint. Aber Waage ist manchmal sehr unentschlossen. Es geht darum, die richtige Entscheidung zu treffen, zu manifestieren. Und da hakt es dann ein bisschen. Wir gucken mal mit dem dritten Kartendeck, was wir da noch haben. Ja, also du kannst es nicht allen recht machen. Das sollst du auch nicht. Und hier ist wahrscheinlich auch eine schnelle Entscheidung notwendig, um das Ganze wirklich zum Erfolg zu führen. Und deswegen halte dich an deine Vorgaben, an das, was du willst. Versuch dich nicht rauszuschummeln. Ja, auch nicht vor der Entscheidung. Ass der Münzen. Da ist der Neubeginn drin. Und die Zehn der Münzen. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Also was du da geplant hast. Ja, du solltest das auf jeden Fall machen. Prinz der Kälte, liebevolle Energie. Und dann haben wir den, ja, Wettbewerb. Und wir haben natürlich von außen auch andere vielleicht, die das Gleiche erreichen wollen und auch viel Charme mitbringen. Aber wir haben den, Bube, der Schwerter. Du gehst da langsam und gezielt an die Sache ran. Oder du, ja, sagen wir mal, du schaust dir an, was die anderen tun, bevor du es tust. Also den Wettbewerb beobachten, ja. Dann haben wir Stärke in Hoffnung und Ängste. Da ist der Ritter der Kirche, was deine Stärke ist und den anderen auf Augenhöhe zu begegnen. Das kann sowohl privat als auch beruflich sein. Nicht vergessen. Wir haben gut für dich ist der Erfolg. Manifestation hier, Magier. Und die Zehn der Stäbe. Du kannst dich einer Bürde entledigen, wenn du das umsetzt und wenn du die Entscheidung triffst. Nicht gut ist die Sieben der Schwerter. Das Rat des Schicksals würde dir das Bitterböse nehmen und über dich urteilen, wenn du dich rausmogelst. Also bitte nicht zurückschrecken vor einer Entscheidung. Der Magier, die Herrscherin, es geht fruchtbar weiter und da ist die Sieben der Schwerter. Du bist gefährdet, tatsächlich zu versuchen, die Dinge, ja, ich sag mal, für alle recht zu machen, was natürlich nicht funktionieren wird und damit könnte das Ganze noch scheitern. Also sei dessen dir bewusst. Sei dir dessen bewusst so. Vier der Münzen. Authentizität. Du bist du selbst. Klar und wahr. Und du überlegst auch gut. Und das ist auch richtig so. Und wenn du es dir überlegt hast, solltest du dir auf gar keinen Fall von irgendjemandem reinreden lassen. Du nimmst die Dinge an. Du nimmst auch die Herrschaft. Du hast Geduld, dass die Dinge laufen. Ja, du übernimmst sozusagen die Führung und dann kommt der Teufel ins Spiel. Der Turm und die Königin der Schwerter. Also das Wichtigste ist, dass du dich nicht umstimmen lässt, verunsichern lässt. Die Königin der Schwerter kann dafür sorgen, dass das Ganze in trockene Tücher kommt, wenn sie bei ihrer Meinung bleibt, wenn sie sich nicht abbringen lässt. Neun der Münzen. Unabhängigkeit. Dein Bauchgefühl. Und die vier der Kälte. So, kann natürlich bedeuten, dass du nicht ganz zufrieden bist oder wenn du dem Teufel nachgibst, diese Chance verpasst. So, ausgewogenes Geben und Nehmen, das typische für die Waage, dass du es allen recht machen willst. Du möchtest keinen, ja, du möchtest, dass alle zufrieden sind. Das ist auch der Erfolg. Das kannst du auch schaffen. Aber es könnte auch einen Konflikt geben, weil das, sagen wir mal, in deiner Entscheidung mitspielt. Und dann bedauerst du, dass du nicht besser entschieden hast für die Zusammenarbeit mit den Leuten, die für dich vielleicht auch für dieses Projekt gekämpft haben. Wir haben die zwei der Stäbe. Wir haben nochmal den Ritter der Schwerter. Und wir haben die drei der Stäbe. Das ist warten, bis die Schiffe in den Hafen kommen. Ich befürchte, dass du, wenn du diese Energie verstreichen lässt, wo sich das hier manifestieren lässt mit dem Magier, hier die sieben der Schwerter, dass du dadurch einen Verlust erleiden könntest oder dass das Ganze noch kippen könnte. Wir schauen mal, was die Orakelkarte sagt. Zwischenwelt, okay. Die hatten wir auch heute öfter, die Karte. Das ist die Nummer drei. Ich lese mal vor. Vielleicht gibt uns das noch einen Hinweis darauf, wie du reagieren solltest. Die Grundbedeutung ist Übergangssituationen, mit dem Alten noch verhaftet und für das Neue noch nicht wirklich bereit sein, vorübergehende Blindheit und Niemandsland. Die Botschaft, die Zwischenwelt ist ein Ort, an dem du dich von der Neigung lösen musst, etwas anzunehmen oder zu unterstellen. Dies ist eine Zeit, in der du nicht absehen kannst, was kommen wird. Bleib neugierig und vertraue dem Wandlungs- und Wachstumsprozess. Du hast die Lektionen aus deinen jüngsten Erfahrungen gelernt. Eine Phase des Tuns und Verwerfens und Wiedertuns gehört zu diesem Ort in der Mitte zwischen dem, was war und was sein wird. Was jetzt vor allen Dingen nottut, ist, dir dein Nichtwissen einzugestehen. Darin liegt ein großes Potenzial an Freiheit und Kraft, das es zu erschließen gilt. Ein Mysterium, das zu ergründen nicht deine Aufgabe ist, webt das Geflecht des Lebens innerhalb eines göttlichen Plans, dessen Bewusstsein größer ist als deine eigenen Gedanken, Gefühle, Vorstellungen, Wünsche und Entscheidungen. Der Samen der Vergangenheit beginnt zu wurzeln, aber was aus ihm emporwächst, wird wahrscheinlich nicht das sein, was du erwartest. Wenn du dich in der Zwischenwelt befindest, bist du aufgefordert, mit den staunenden Augen eines Kindes zu sehen, das zum ersten Mal ein Regenbogen erblickt. Versuche es und du wirst es nicht bereuen. Also es gilt, ein Risiko einzugehen. So habe ich das jetzt verstanden. Also ein messbares oder nicht unkalkulierbares Risiko, aber sich eben auf eine Seite zu stellen. Und wenn ich das hier so sehe, ist eine schnelle Entscheidung erforderlich. Und wenn du da eben, ich sag mal, einen Rückzieher machst, dann könnte das Ganze sozusagen verpuffen, wie eine Luftblase. Ja, haha, der Erfolg liegt darin, die alten Dinge hinter sich zu lassen und eben zu reagieren. Und hier haben wir das Bedauern, da haben wir den Konflikt und weil man es eben nicht allen recht machen kann. Meine liebe Waage, versuche authentisch zu sein und eine klare Entscheidung zu treffen und dich nicht in Versuchung führen zu lassen von Zweiflern oder von Kritikern. Das ist ganz wichtig in dieser Woche. Entscheide aus deinem Bauchgefühl. Mogel dich nicht daraus, sonst kannst du nicht manifestieren. Das ist echt hart in dieser Woche, aber es ist wichtig. Wir haben so viel Energie und das ist schnelle Energie. Du musst schnell entscheiden, schnell handeln und du darfst dich nicht vergewissen, ob auch alle wirklich damit einverstanden sind. Du musst ein Risiko eingehen. Hier ist das Potenzial, ganz viel zu erreichen. Natürlich gut überlegt, aber du musst die Führung übernehmen. Warten, wohin das Schiff geht, aber lass dich nicht verunsichern. Das ist ganz, 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 ganz elementar. Ich bin gespannt, was du berichtest und wie du dich entschieden hast. Das würde ich gerne wissen, wenn du magst. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, du auch. Und dann hoffe ich von dir zu hören. Und wenn das hilfreich war und dir verholfen hat zur richtigen Entscheidung, dann würde ich mich natürlich auch über ein Däumchen hoch sehr freuen. Also ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Und da bin ich sehr gespannt. Bis bald. Und da bin ich sehr gespannt.